Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 3. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 535 und ich habe heute die folgenden Themen für euch dabei. Aktienrückkauf, Gardena, Aldi, Tweet und Mond. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht heute um Planeten. Doch kommen wir zuerst zurück auf unseren Planeten und einem kleinen Skandal. Ein Börsenrückschlag, ein Aufruf, der wieder mal durch die ganzen Medien ging. Zum einen, weil nicht allzu viele News da waren, zum anderen natürlich auch, weil Apple im Titel stand und sich das immer gut klickt. Apple hat, wie in den letzten Jahren üblich, eigene Aktien zurückgekauft. Dieses Investment, in Anführungsflusszeichen, wurde deutlich kritisiert, denn im Normalfall führt das ja dazu, dass der Wert der Firma wieder ein bisschen zunimmt. Hier aber in den letzten Wochen, Monaten nicht passiert und deshalb will man die Anleger dazu aufrufen, zu interagieren und da ein bisschen zu intervenieren, besser gesagt. Ja, mal schauen, wenn es dann plötzlich wieder hoch geht, hat ja Apple doch deutlich mehr gewonnen als eben verloren und somit denke ich über kurz oder lang wird es eh wieder nach oben gehen. Denn dennoch muss man solche Dinge auch immer kritisch beobachten. Die Wall Street rät ja Apple dazu, neue oder andere Firmen aufzukaufen und so wieder Gewinn zu machen. Eigentlich schon pervers, dieses System. Immer vorwärts. Ist ja grundlegend gut, aber irgendwo hat es auch seine Grenzen. Im letzten Jahr durfte ich euch vermelden, dass Ikea und Xiaomi eine Kooperation eingegangen sind bei ihren Smart Home Produkten. Zum einen, dass beide miteinander untereinander kompatibel sind, aber auch in den eigenen Apps und den eigenen Ökosystemen beide Gerätschaften laufen. Das tut mittlerweile und jetzt kommt schon die nächste Ankündigung. Und Cardena hat nämlich angekündigt, dass ihre neuen Produkte, welche ab diesem Monat, also ab diesem Jahr kommen werden, Apple HomeKit kompatibel sein werden. Da freue ich mich schon drauf, den Rasenmäher auch ins HomeKit zu integrieren. Ich mag ja schon, dass ich den Staubsauger darüber starten kann, über solche Lösungen. Und den Rasenmäher habe ich eh schon über eine App, aber dann noch sprachgesteuert. Wieso nicht? Das macht Freude. Weiter geht es im Bereich Smart Home und da sind wir bei Aldi. Smart Home ist ja mittlerweile schon ein grosses Geschäft, damals, wo ich über viele Jahre damit gekämpft habe. Ja, es lohnt sich langsam, denn Smart Home kommt vorwärts, so wollte ich sagen. Aldi hat jetzt auch eigene Lampen eingeführt. Von Müllerlicht kenne ich oder bisher kannte ich bis jetzt nicht. Werde ich mir mal ein bisschen genauer anschauen. Das Gute an den Produkten ist, dass die auf dem Zigbee 3.0 Standard laufen, somit eigentlich kompatibel sind oder wären zu Philips Hue, Osram und anderen Geschichten und somit sicherlich auch einfach da eingebunden werden können. Das ist das gleiche wie die Ikea-Lampen, die ja auch mit Zigbee funken und somit eben auch bei Philips Hue im System mit drin sein können. Standards sind halt doch nicht so eine doofe Geschichte. Bei gewissen Geschichten zumindest nicht ganz immer, aber auch meistens teilweise. Ich gehe weiter, ist glaube ich besser. Huawei hat etwas getwittert und die Welt steht wie der Kopf. Auch das wahrscheinlich wieder eine News, die der Mauernlage an News zu schulden ist. Und normalerweise steht eigentlich da Samsung im Titel mit drin, aber diesmal hat es Huawei erwischt. Die Neujahrswünsche, welche von Huawei an die Twitter-Followerschaft ging, die kamen nicht von einem Huawei-Phone, sondern von einem iPhone. Tja, doof gelaufen, aber ja, unter anderem sicherlich auch deshalb so schnell aufgefallen, weil Twitter vor kurzem ja wieder eingeführt hat, woher das getwittert wird. Aus Hoots wie Twitter oder irgendwelchen Dritt-Apps und so weiter. Ja, da fallen solche Dinge halt schnell rauf. Vorher muss man da Umwege gehen, um das herauszufinden. Ob das jetzt so ein Skandal ist, ich glaube mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Systeme nutzen. Wäre natürlich schön, wenn der Hersteller dann auch eigene Produkte verwenden würde oder die Agentur. Aber solche Dinge können leider halt einfach passieren. Zu guter Letzt gehen wir eben noch ein bisschen weiter weg und zwar diesmal in Richtung Mond. Und China hat es vor, auf der Rückseite des Mondes zu landen. Das hat bis jetzt noch niemand geschafft oder probiert. Also probiert wahrscheinlich schon in der Theorie, aber praktisch nicht. Das Ganze gestaltet sich deutlich schwieriger als auf der Vorderseite, denn da ist das Gelände zum einen deutlich hügeliger, mehr Bergen und so weiter. Aber auch sonst natürlich logischerweise das, was wir ja bei den Mondlandungen damals im, oh mein Gott, was war das? 69? Behaftet mich nicht drauf. Geschichte ist lang her. Auf jeden Fall, damals hatten wir ja die unsäglichen Minuten, oder war es länger, wo wir keinen Kontakt hatten zu den Astronauten, weil eben hinter dem Mond das Ganze ein bisschen schwieriger ist. Heute haben wir ein paar mehr Satelliten da oben und dann könnte das doch deutlich einfacher werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt und glaube, dass sicherlich die Chinesen oder die Inder einer der nächsten grösseren Nationen in dem Bereich sein werden, da die Amis ja ein bisschen mit anderem zu kämpfen haben. In diesem Sinne, ja, waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen erfolgreichen und schönen Donnerstag für diejenigen, die wieder arbeiten dürfen. Genießt es für diejenigen, die noch Ferien haben, Urlaub haben. Genießt es genauso. Und für alle anderen, die sich jetzt nicht angesprochen fühlen, einen wunderschönen Tag und bis hoffentlich morgen wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geektop. 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 Untertitelung des ZDF, 2020